Mein Name ist Nicola Hess, ich bin 18 Jahre alt, ich arbeite bei der Firma Schmid. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Maurer und ich möchte euch heute den Beruf Maurer vorstellen. Mein Beruf ist sehr vielspannend. Er ist sehr vielseitig, man macht fast nie das Gleiche. Ab und zu mal vielleicht eine Woche lang das Gleiche, aber auf das Jahr heraus sehen, macht man sehr viele verschiedene Sachen und das ist einfach sehr spannend. Es sind interessante Arbeiten, immer wieder etwas Neues und du kannst viel selber entscheiden. Und am liebsten Arbeiten, die man am Abend sieht, was man gemacht hat. Das gibt einem einfach ein gutes Gefühl am Füroben. Also in dieser Branche gibt es sehr viele gute Chancen. Erstens natürlich, man kann sich extrem gut weiterbilden. Es gibt nur wenige Berufe, dass es so gut möglich ist. Es ist eine geniale Bausteine, die Lehre. Du kannst immer weitermachen, du kannst die Berufsmatur anhängen. Du kannst nach der Lehre Bauführer, Polier, Baumeister, es gibt viele Sachen, die du weitermachen kannst. Meine Arbeitgeber zeichnen eigentlich am meisten aus, dass wir einfach, obwohl wir so eine grosse Firma sind, immer noch sehr familiär ist. Wir haben immer eine Lehrlingshöcke, wo wir uns treffen, wo unsere Probleme und so angeschaut werden. Und es wird auf dich eingegangen und auch wenn du als Lehrling eigentlich nicht viel zu sagen hast, kannst du dich immer noch melden und es wird auf dich eingegangen und du wirst ernst genommen. Und das ist schon sehr gut in unserer Firma. Wir haben ein relativ grosses Angebot an Lehrstellen verschiedener Fachrichtungen. Alleine bei den Maurern haben wir 18 Lehrlinge. Und danach geht es noch weiter, dass wir Lehrlinge im Gartenbau, Polybau, Fachrichtung Fassaden haben, KV und auch Hochbauzeichner. Insgesamt sind es über 30 Lehrlinge. Ich empfehle jedem Schüler eine Lehre auf dem Bau, der ein Interesse am Handwerklichen hat, Freude an den verschiedenen Materialien wie Beton, Bachstein und sonstige Sachen. Wenn du dich interessierst für eine Lehrstelle auf dem Bau, dann melde dich bei uns, Schmiedbauunternehmung Ebike. Wir würden uns freuen, deine Bewerbung bei uns zu sehen. Unser Unternehmen steht für partnerschaftliches Agieren. Wir wollen ein Partner sein auf der ganzen Ebene. Das heisst, vom Kunden bis zum Mitarbeiter wollen wir eine grosse Familie sein und möglichst viele gute Projekte mit den Bauherren, aber auch mit unseren Mitarbeitern bewältigen können. Also Kundenbedürfnisse wahrnehmen und mit Kunden zusammen etwas erwirken können, das macht es auch sehr spannend, in diesem Beruf zu arbeiten. Die Bedeutung des Nachwuchs ist zentral für die ganze Firma. Wenn man eine Nachhaltigkeit von einer Firma erzählen möchte, das heisst, wenn die nächste Generation weiterleben soll, ist es entscheidend, dass man in Zukunft gute Mitarbeitende hat. Es sind jene Junge, die bei uns die Lehre gemacht haben und die am späteren Zeitpunkt Kaderfunktion haben in der Firma, oder bis zum Bauführer, Geschäftsführer aufgestiegen ist. Die Bedeutung des Nachwuchs und Nachwuchs Die Bedeutung des Nachwuchs